ARD Text im Auftrag von Funk Der erste Fall! Immer derselbe Traum. Dieser quallentastische Traum. Und heute kann ich meinen Traum endlich wahr werden lassen. Ja! Ja! Patrick, heute werde ich meine allererste Quelle fangen. Ich habe den Gorilla gefangen, sagt das den Elfen. Sammy, heute ist quallentastisch. Unschuldigung! Heute wirst du endlich mir gehören. Heute ist es soweit, heute ist es soweit. Heute gehe ich quallentischern. Bitte sehr. Aufstehen! Warum habe ich der Nervensäge bloß erlaubt, den Weckruf zu blasen? Weg mit der Tröte! Häh! Ups! Hey, was mache ich hier? Welcher Tag ist heute? Heute fängt die neue Qualensaison an, Herr Tadeus. Hm, SpongeBob. Das war ja klar. Oh, jetzt erreicht's. Welcher Clown war das? Und immer schön lächeln genauso gut, Kinder. Und hoch mit den Armen. Herr Larry, wussten Sie, dass Quallen die energieeffizientesten Schwimmer am ganzen Ozean sind? Nein! Und dass sie durch ihren Mund essen und Kacke machen? Bäh, die Natur ist echt widerlich. Und? Wussten Sie auch, dass eine Qualle das tausendfache ihres Körpergewichts heben kann? Wie war das? Der Sklob wird Seetang. Ich bin stärker als so eine Qualle. Kumpel und Kumpelinen, klettert auf meinen Rücken. Ja! Und eins. Hey, heute fange ich meine erste Qualle. Bis dann. Jeder von euch muss duschen. Schaffen wir das Vorurteil aus der Welt? Nerds hätten Angst vor Wasser. Was ist das? Warum bin ich nass? Ist das Blut? Blute ich etwa? Wussten Sie, dass es Quallen schon vor den Dinosauriern gab und sie nicht einmal Fische sind? Entdeckung! Überspeckung! Ich bin von gebrauchtem Schwankwasser durchtränkt. Und ich fange heute meine allererste Qualle. Na, hup-di-dü. Los, ihr Pfadfinder, vorwärts, vorwärts! Wir haben nicht den ganzen Morgen Zeit! Hey, wo was ist dieser Fraß? Ich kenne die Zutaten, aber solche Wörter darf ich vor Kindern nicht sagen. Klar? Der Nächste, bitte! Quallen fischen! Quallen fischen! Ich fange eine Qualle! So ein Idiot! Quallen fischen! Oh, da hast du aber ein totschickes Netz, Spongebob! Ja, und das macht Seifenblasen. Ja! Das ist genauso nützlich wie eine Hosentasche an einem Baumsturm! Aufgepasst, Pfadfinder! Heute ist... Der erste Tag der Quallen-Saison! Ja! Also, sobald ihr den Trillerpfeifel hört... Ach, Quallen fischen!